Schaffst du es, mich wiederzubeleben, Raffi? Gleich! Beleb' mich wieder, beleb' mich wieder! Beleb' mich wieder! Beleb' mich wieder! Das schaffen wir sonst noch! Das dauert zu lange! Nein, nein, mach, mach, mach! Mach, mach, mach! Mach, mach, mach! Er ist bei mir! Komm zu mir! Komm zu mir! Hier! Er belebt dich wieder! Er belebt dich wieder! Ja klar, es ist cool! Natürlich ist es besser so, aber man muss sich erst mal wieder umstellen, deswegen auch. Weil man sich gerade dran gewöhnt hat, das ist halt echt die Scheiße, Alter! Ich hab mich da nie dran gewöhnt! Ach ne, Ehrenwerte! Oh, das ist ja gar keine Scar! Oh! Ich wollt's verweilen, die will ich doch! Nicht eine Kiste hier bei mir, ne? Wo war denn so ein Scheißhaus, Alter? Na ja, was hab ich so... Ich hab so ein... Ähm, Gehl! Dass ich's auch stellen kann! Ah ja, okay! Das ist auch neu! Ich seh's gerade! Mhm! Aber das stell ich mir geil vor! Du hast denn eine Base? Jaaa! Ich hab's nicht! Aber wenn... Wenn du das... Natürlich ist es dann nachher kaputt, wenn die Base kaputt ist, ist das halt auch kaputt, ne? Ja! Das wär erstmal zweitig! So! Nicht eine Kiste! Bis jetzt! GG! Warst du auf dem Berg schon hier? Ne, ne? Bei Lunen hier oben sind Federn! Was ist hier oben? Das sind Federn! Federn! Was ist mit den Federn? Liegen da rum! Aha! Warum? Keine Ahnung, Digga! Ich hab' nicht ein bisschen Blue Life und nicht eine Kiste geöffnet! Ja, die AK! Mua! Ja, gut geil! Ja, nicht mal hier ne Kiste, Alter! Hier und die erste Kiste! Oh mein Gott! Ich gucke euch hier um die Paletten! Jetzt hier ist noch ne Blue Life! Du Trottel! Ja, da bin ich auch noch nicht gewesen, du Trottel! Nicht mal hier ist ne Kiste, Digga! Ey! Das ist doch echt frech, ey! Digga, nicht mehr hier! Ja, ey! Ich hab' noch kein Blue Life gefunden bis jetzt! Außer du jetzt eben! Echt schon wieder kein Blue Life! Hey, langsam geb' ich's auf, Alter! Ohne Witz! Du kannst echt nicht warten, oder? Oh! Die werden von woanders noch geschossen! Ey, Mann! Ja, nee! Ne, ich mach' noch nichts, mach' noch nichts! Ich seh' sie! Du Rännchen! Ich seh' sie mir doch vor! Hast du irgendwas getroffen? Ja! Da! Da kommen die anderen! Das sind zwei Teams! Willst du das haben? Digger, kann ich den mal aufnehmen? Ja, mach' mal! Mach' mal! Mach' mal! Ich stell' das Geschütz auf! Ja! Ja! Nein, Digga! Ich bin runtergefallen! Ja, warte, warte, warte! Ja, warte, warte! Oh mein Gott! Digga! Digga! Dem ist immer noch nicht gepatcht! Das ist das Scheiße, Alter! Ich nehm' das... Ich... Okay, dann nimmst du! Ähm... Du hast keine Verwandlung mehr! Ähm... Schaffst du es, mich wieder zu beleben? Raffi? Gleich! Belebe ich wieder! Belebe ich wieder! Ja! Das schaffen wir sonst noch! Nein, nein, nein! Mach' mal! Mach' mal! Mach' mal! Mach' mal zu lange! Raffi, mach' einfach! Ja, mach' ich... Mach' ich ja auch! Das schaffen wir! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich bin drin! Ich geb' mir Medikit! Ich seh' den Gegner nicht! Ja, Digga! Er ist bei dir! Er ist bei dir! Er ist bei dir! Mhm! Mhm! Ja, Jani, komm! Das hat keinen Sinn! Die nächste Tode geht schon los! Er ist unten! Er ist bei mir! Komm' zu mir! Komm' zu mir! Komm' zu mir bitte! Vielleicht haben wir es! Vielleicht haben wir es! Vielleicht haben wir es! Ein bisschen Glück! Hol' mal was du holen kannst! Ja, hab' ich hab' ich habe! Wir sind Verbände! Wir sind Verbände! Wir sind Verbände! Wir sind Verbände! Wir sind fucking Verbände! Okay! Blue Life ist ja auch! Hast du Blue Life mitgenommen? Ja! Nein, ich hab' ich hab' zwei! Ich hab' zwei Medis! War' nicht gut, was zu machen! Ich dachte, dass wir das mal geschafft haben! Der wird so richtig verwundet! Wir sind richtig die Krieger, die gefallen sind! Warum nehme ich eigentlich die Dinger hier? Hey, Macarena! Hast du mir, äh, Bulaf? Ja, hier kommen! Eben, man! Hast du noch Minis? Äh, nee! Fack! Hast du noch Minis? Lass' noch mal zurück, Digga! Lass' noch Minis! Lass' noch mal 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 raus! Lass' noch mal raus! Auf der Zone gehen! Ich seh' die Gegner! Ich seh' die Gegner! Ich seh' die Gegner! Die sind hier vorne siehst du sie? Ja, den wollen wir die holen? Na, warte mal! Er hat das auf jeden Fall schon gesehen! Nee, hat er nicht! Oh! Da sind noch fünf Leute! Am Baum, am Baum! Ab jetzt! Wann metz? Wann metz? Wann metz? Wann metz? Von wo wurde ich angeschossen? Auf mich wird geschossen! Dein? Wahrscheinlich von unten oben! Hast du noch Raketen? Oben auf den Berg! Der musst auch da sagen, Rafi, ne? pass auf der muss doch noch sein irgendwo erst gestorben das gestorben die sind da oben vier stück das war doch aber das war noch lang geschossen von ganz oben nicht von oben der kam von der seite tatsächlich ich will ja nicht allein ich will lassen wir hier an der seite warten und schön wo die politik hin geht das sind die zwei noch eine alleine wo ist er aber das war noch zwei der der eine in der base wo ich drauf geschossen hat mit rakete gewesen er ist tot gewesen da lag sein lud das waren an das war doch der die nicht gesnipet hatte raffi wir haben natürlich die die bar position scheiße müssen doch auch einer ist bei mir ja ich bin noch dabei ich komme doch wo dann ja er hat sich eine base gebaut das wirklich auch nicht dass er ist aber habe ihn hätte nichts kleiner hohen sohn und das ist ein bisschen eh hin jetzt auf ihr versucht um hochzubauen genau leider gottes müssen wir dahin einer kommt zu dir oh mein gott ja er ist bei mir er ist bei mir du mit schnellhone warte 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 jetzt sich muss ich gehe an die seite ich gehe in die zone irgendwie an die seite an der seite vorbei ja mich halt auch ich komme nicht hoch die haben safe noch ein trampot auch solche faxen zu machen daumen 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 nein du hurensohn er ist so wie kraft versuchte nicht einzubauen der ist so wichtig ich schwöre dir schwörst du ist alleine du musst nicht ohne raffi nein nein dadurch dass er so weak war nice easy dadurch dass er so weak war ist er gestorben ich habe so gehofft ich habe so gehofft dass er weniger grünen live green live hat als du oh mein gott jetzt gerade heftig du bist nur mit nur die hilfe